Ja, hi zusammen! In dem Video möchte ich euch die Lampen vom Oktober Sale zeigen. Die Lampen wurden mir von Olight für ein Video zur Verfügung gestellt und es gibt sie wie gesagt im Oktober Sale mit Rabatt. Das Datum von dem Sale werde ich euch mal einblenden. Und es gibt auch wieder einige richtig coole Aktionen. Als erstes habe ich für euch einen Gutscheincode bekommen. Mit FRED10 gibt es 10 Euro Rabatt und der Code funktioniert auch bei bereits reduzierten Sachen. Aber hat einen Mindestbestellwert von 199 Euro. Und es gibt selbstverständlich auch wieder was zu gewinnen. Und zwar wird Olight unter all denjenigen, die während dem Sale was über meinen Affiliate-Link bestellen, 4 Warrior Nano in einer zufälligen Farbe verlosen. Ihr findet den Affiliate-Link in der Infobox und im obersten Kommentar genau wie meinen 10 Euro Gutscheincode. Aber genug von der Organisation, dann fange ich mal gleich mit den Lampen an. Oder genau genommen dem Highlight in meinen Augen. Und zwar der Warrior 3S in Königsblau. Die gibt es beim Sale für 100,76 Euro. Man hat hier oben noch einen kleinen Annäherungssensor. Ihr habt das ja schon gesehen. Da regelt er die Lampe dann runter. Man kann es allerdings auch überschreiben. Dann hat man einen starken Akku verbaut mit 5000 mAh. Einen 21700er Akku. Hinten die Bedienung über die Endkappe. Also hier ordentlicher Akku. Hier hinten die Endkappe, über die man zwei Helligkeitsstufen einstellen kann. Einen seitlichen Schalter hier. Da kann man dann den Akkuzustand sehen und die gewählte Helligkeit. Aber das Highlight ist in meinen Augen hier ganz klar die Farbe mit diesem Blauton. Also wirklich ein richtig schöner Blauton. Und hier diese silberfarbenen Ausfräsungen. Und ich finde, das sieht einfach richtig stark aus. Hier auch der OLED-Schriftzug auch in Blau. Genau wie hier die Bezeichnung mit diesem schimmernden Blau. Also das haben sie halt verdammt gut hinbekommen. Die hat es mir echt angetan. Das sieht einfach, also ich meine dieses Logo. Schaut euch das einfach mal an, wie das im Licht hier reflektiert. Die sieht einfach richtig stark aus. Also das ist in meinen Augen das absolute Highlight von dem Sale. Dann gibt es kostenlos die i3e in Orange mit Skulls drauf. Also die erinnert so ein bisschen an den Punisher. Oder passend auch zu Halloween jetzt gerade. Das ist eine relativ einfache Lampe mit einer AAA-Batterie. Also da bekommt man überall Ersatz. Und man dreht es hier einfach zu. Und dann hat man eine Helligkeitsstufe mit 90 Lumen. Kann die halt wunderbar einen Schlüsselbund dran machen. Ist halt relativ kompakt. Ist auch ein gutes Geschenk für Freunde, Familienmitglieder, wie auch immer. Oder vielleicht für Kinder. Wenn man dann nicht denen eine stärkere Lampe oder eine teurere Lampe geben möchte, kann man denen so eine kleine Lampe geben. Und die sieht natürlich auch irgendwie ganz cool aus. Also wenn Skulls halt was für eins sind. Dann gibt es noch zwei komplett neue Lampen. Als erstes die Warrior Nano. Die kostet bei dem Sale 62,96 Euro. Und man kann sie entweder in schwarz bestellen oder in zombiegrün. Und ich habe auch schon ein Video zu der Lampe gemacht. Das werde ich euch mal einblenden. Daher hier jetzt nur kurz die wichtigsten Daten. Sie ist etwas länger als die Batin 3. Genau genommen knapp zwei Zentimeter. Aber dafür regelt sie auch ein bisschen später runter. Bei der Batin 3 sind es eineinhalb Minuten. Die Warrior Nano regelt nach drei Minuten runter. Außerdem hat man hier einen Endkappenschalter. Da kann man dann zwei Helligkeitsstufen einstellen. Man hat ein momentanes Licht. Man hat ein dauerhaftes Licht. Und der Schalter hier ist auch noch ein bisschen größer geworden. Oder ein ganzes Stückchen größer geworden. Also da hat sich schon ein bisschen was getan. Ich würde sie mal als den großen Bruder bezeichnen. Außerdem hat die Warrior Nano jetzt einen etwas größeren 18,350er Akku. Bei der Batin 3 war es noch ein 16,340er Akku. Und damit hat sich dann im Moonlight-Modus die Laufzeit direkt mal verdoppelt. Also ganz cool. Einen störenden Grünstich konnte ich hier auch nicht feststellen. Allerdings finde ich es ein bisschen schade, dass es hier keine Version mit einer neutralen oder warmen LED gibt. Und ich hatte echt gehofft, dass OLED das jetzt konsequent durchzieht. Und die zweite neue Lampe ist die ArcFeld Pro. Die kostet beim Sale 83,96 Euro. Und man hat die Wahl zwischen Zombiegrün, Schwarz und Orange. Und im Gegensatz zu der normalen oder kleinen ArcFeld muss man sich jetzt nicht mehr entscheiden, ob man eine Version mit einem Laserpointer haben will oder UV-Licht. Also hier hatte man entweder einen Laserpointer oder UV-Licht. Und die neue Version hat jetzt beides verbaut. Also ein UV-Licht und ein Laserpointer. Dafür ist sie dann allerdings ein bisschen größer geworden. Also ein bisschen länger. Und auch ein bisschen breiter. Und auch ein bisschen tiefer. Da zum Glück nur wenige Millimeter. Weil das ist ja genau der Bereich, auf den es ankommt, wenn man sie in der Hosentasche hat. Also von daher ein bisschen größer. Es ist übrigens auch ein stärkerer Akku verbaut. Also 40, 50 Prozent stärker. Und entsprechend durch die zwei LEDs oder den Laserpointer ohne LED und die zweite LED. Und den größeren Akku ist die Lampe halt ein bisschen größer. Damit muss man leben. Ein weiterer Unterschied ist, dass man jetzt den Laserpointer und das Licht gleichzeitig aktivieren kann. Und das ist natürlich ein richtig cooles Feature. Hier einfach ein Doppelklick. Und dann gehe ich mal in den niedrigen Modus. Und jetzt sieht man auch schon, dass Licht und Laserpointer gleichzeitig an sind. Und also ich vermute, so wirklich oft braucht man das nicht. Aber mir fallen da durchaus ein paar kleine Szenarien ein, wo das durchaus Sinn macht. Also auf einer Baustelle zum Beispiel. Oder wenn man irgendwo was in einem dunklen Gebäude zeigen möchte. Gerade Handwerkern oder bei einer Wohnungsübergabe oder wie auch immer. Also da kann das richtig praktisch sein. Und schadet natürlich auch nicht, das zu haben, die Möglichkeit. Also ich finde die ARC-Feld Pro ganz cool. Und diejenigen, die weiterhin eine kleine ARC-Feld haben wollen, die können ja noch zu dem alten Modell greifen. Da muss man sich dann halt zwischen einer UV-LED und dem Laserpointer entscheiden. Und wenn ihr mehr über die Lampe erfahren wollt, dann schaut euch am besten mal mein Video dazu an. Als nächstes wird es die O-Lantern Classic 2 Pro in Grau geben. Und zwar für 83,96 Euro. Und ich bin ein Riesenfan von der O-Lantern Classic 2 Pro. Einfach weil sie so ein unglaublich gemütliches, warmes Licht hat. Also ich mag das echt gerne. Und damit ist sie perfekt geeignet, wenn man abends mit Freunden oder der Familie auf dem Balkon oder im Garten sitzt. Außerdem kann man sie als Powerbank verwenden. Also man hat hier so eine kleine Gummiabdeckung. Und wenn man die aufmacht, kann man die Lampe hier aufladen oder eben als Powerbank verwenden. Das ist dann nicht nur für Prepper interessant, sondern auch ganz normal, wenn man draußen sitzt und sein Handy nachladen möchte, kann man die dafür auch verwenden. Also ich mag die echt gerne. Mit diesem Drehrad hier kann man übrigens umschalten zwischen diesem richtig warmen Licht und einem etwas neutraleren Licht. Da geht sie dann bis 300 Lumen hoch. Und dieses Drehrad hier, da kann man die dann halt relativ stufenfrei einstellen. Also ich mag die echt gerne und habe in der Wohnung auch mehrere platziert, weil ich das Licht so angenehm finde. Und mit diesem neutralen Licht kann man sie auch zum Arbeiten oder Lesen verwenden. Die Powerbank-Funktion, also da gibt es einige Möglichkeiten. Und neu ist jetzt halt dieser Gunmetal-Grau-Ton. Ein bisschen Metallic-Effekt hat man ja auch drin. Also eine richtig coole Lampe. Dann mal zu einer richtig coolen Aktion von Olight. Und zwar verkaufen sie die E-Mini 2 in Pink. Und alle Einnahmen aus dem Verkauf gehen an den Brustkrebs Deutschland e.V. Das ist mit 19,16 Euro natürlich nicht das teuerste Modell. Aber in den letzten Jahren kam da trotzdem noch einiges zusammen. Vielleicht noch kurz was zu der Lampe. Also man kann hier hinten diese Gummiabdeckung wegmachen und sie dann an ein USB-Ladegerät anschließen. Dann wird die aufgeladen und anschaltet man sie, indem man sie hier abzieht. Und dann geht sie automatisch an. Wenn man sie dran steckt, geht sie wieder aus. Also richtig einfach. Und ich finde, damit ist sie perfekt für den Schlüsselbund. Oder einfach ein kleines Geschenk für die Frau, Freundin, wie auch immer, Mutter, Kollegin, wem auch immer. Und mit 50 Lumen ist sie natürlich nicht wahnsinnig hell. Aber die Stärke ist ja eben die Größe und die einfache Bedienung. Also wenn die am Schlüsselbund hängt, einfach abziehen und hat Licht. Wieder dran stecken, ist es aus. Also eine coole kleine Lampe. Für 30,55 Euro wird es dann noch die i5T in schwarz mit orangenen Punkten geben. Und zwar wohlgemerkt die i5T und nicht die i5R. Und das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert. Keine Ahnung, was der Grund dafür ist, dass man jetzt hier wieder eine Batterie hat und keinen Akku. Vielleicht werden wir da irgendwann noch was erfahren von OLED. Also es hat mich ehrlich gesagt doch schon ein bisschen gewundert. Aber mal zu der Lampe. Man hat zwei Helligkeitsstufen. Wenn man einmal drückt, ist man im niedrigen Modus mit 15 Lumen. Und wenn man doppelt drückt, ist man in dem hohen Modus mit 300 Lumen. Man hat hier wirklich eine kinderleichte Bedienung mit diesem Endkappenschalter, über die man die beiden Modi erreicht. Und in meinen Augen ist es eine richtig gute Option, wenn man ein kleines Geschenk für seine Eltern braucht. Oder auch für Kinder, die eine kleine Taschenlampe haben sollen, die nicht so wahnsinnig hell ist und die einfach zu bedienen ist. Und wo man auch einfach normale Batterien nachkaufen kann. Also mit diesen Prepper-Gedanken im Hintergrund. Also da kriegt man halt überall bei jedem Kiosk-Supermarkt wie auch immer neue Batterien. Also für solche Sachen ist sie gut geeignet. Und neu ist jetzt halt dieses Finish in schwarz mit diesen orangenen Punkten. Ja, halt passend zu Halloween. Als nächstes gibt es auch noch eine neue Fahrradlampe. Und zwar die Ray 150 STVZO. Und wie der Name schon vermuten lässt, hat die Lampe eine Straßenzulassung. Und zur Montage wird so ein Halter mitgeliefert. Mit verschiedenen Bändern, sodass es an jeden Lenker passen sollte. Und da setzt man dann die Lampe ein. Dreht einmal und dann rastet es ein. Und macht auch einen sehr robusten Eindruck. Also die sollte da nicht runterfallen. Und bedient wird die Lampe über diesen Schalter hier oben. Wenn man den lange gedrückt hält, geht sie an. Und zum Ausschalten muss man auch wieder lange gedrückt halten. Das ist ein bisschen ungewohnt. Und wenn sie dann an ist, hat man zwei Modi. Einmal diesen Modus hier mit 400 Lumen für 4,5 Stunden. Und dann einen etwas höheren Modus mit 700 Lumen für 20 Minuten. Und dann regelt sie halt runter auf 500 Lumen. Und aufgeladen werden kann die Lampe hier hinten über so eine kleine Gummiabdeckung. Wenn man die abmacht, hat man hier einen USB-Ladeport. Und dann kann man die Lampe einfach aufladen. Also das Gesamtbedienkonzept ist richtig einfach. Also einfach hier dran drehen. Wenn man irgendwo das Fahrrad abstellt, kann man sie abmachen. Und direkt aufladen hier hinten. Also das gefällt mir alles ganz gut. Außerdem ist die Verarbeitungsqualität wirklich top. Also sie fühlt sich richtig robust an. Als ob sie aus einem Stück wäre. Also richtig wertig. Das gefällt mir richtig gut. Was mir hingegen nicht ganz so gut gefällt, das ist das Lichtbild. Das zeige ich euch mal. Im Vergleich zu der ZX hier ist es ein bisschen breiter geworden. Also bei der ZX ist es ein bisschen schmaler. Und das breitere Lichtbild gefällt mir grundsätzlich ganz gut. Allerdings dieser Übergang hier zwischen diesem hellen Bereich, also hier vorne hat man so einen helleren Bereich und hier hinten einen dunkleren Bereich. Und der Übergang hier, der hätte für meinen Geschmack ein bisschen gleichmäßiger sein können. Das hätte mir nochmal ein bisschen besser gefallen. Aber vielleicht hat es auch irgendwie einen Grund mit der Straßenverkehrszulassung, dass man da irgendwie einen vorderen Bereich braucht, der klar abgegrenzt ist, wie auch immer. Und vielleicht stelle ich mich da auch einfach nur an. Aber ich denke, wenn der Übergang hier ein bisschen homogener gewesen wäre, dann hätte es ein bisschen schöner ausgesehen. Aber grundsätzlich die Verarbeitungsqualität wirklich tiptop. Auch der Schalter hier, der gefällt mir auch richtig gut. Ich mache den mal an. Also diese kleinen Punkte, die hier durchleuchten, die ist schon richtig gut verarbeitet. Und als letztes gibt es die Chavelot Mini in antiker Bronze für 83,96 Euro. Konnte nicht von dem Namen irritieren lassen. Die ist nicht aus Bronze, so bezeichnet Olaid nur das Muster. Meinen Geschmack trifft es ehrlich gesagt nicht ganz. Also ich glaube, die Grundfarbe alleine hätte mir gereicht, weil die finde ich ganz schön. Aber diese dunklen Flecken, die gefallen mir nicht ganz so gut. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Ohne die zweite Farbe hätte es mir halt persönlich ein bisschen besser gefallen. Ansonsten ist es halt eine sehr interessante Lampe. Vielleicht nicht mit dem höchsten Nutzwert. Also die hat eine sehr hohe Reichweite. Und damit ist sie halt eigentlich eher für den Bereich Search and Rescue gedacht. Oder wenn man einen Hund hat, der regelmäßig weiter wegläuft, dass man den dann auch in einer gewissen Entfernung noch finden kann. Für mich persönlich ist es halt eine Lampe mit einem hohen Spielspaßfaktor, die einfach mir so ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Also wenn ich die Anmache mitnehme und irgendwo hinleuchte, das ist schon echt beeindruckend, so rein technisch gesehen. Also da muss man schon so ein kleiner Nerd sein oder an sowas Spaß haben. Oder halt irgendwie einen wirklichen Einsatzbereich haben, wo man Sachen in einer gewissen Entfernung sucht. Was ich halt cool finde, ist, dass die halt eine relativ hohe Reichweite hat und trotzdem noch vergleichsweise kompakt ist. Also die kann man problemlos im Rucksack mitnehmen oder auch in der Jackentasche oder zur Not auch mal ein bisschen in der Hosentasche. Nicht ganz so angenehm, aber kurzfristig geht es schon. Und dann hat man halt, wenn man sie auspackt, diesen Spielspaßfaktor. Also das ist für mich so der Grund, der mich an der Lampe reizt und der mir einfach Spaß macht. So, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr was bestellt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das über meinen Affiliate-Link machen würdet. Dann nehmt ihr auch automatisch an der Verlosung teil, also von den 4 Warrior Nano. Und vergesst auch nicht meinen 10 Euro Gutscheincode. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut.